Ja, Leute, ich habe gerade wieder hier ein Spiel gewonnen. Hier seht ihr noch mal meine Abschlusskills, die ich so gemacht habe in dem Game. Und wir werden jetzt sehen, in welcher Weltrangplatz ich bin. Ob ich 2 oder 1 bin. Vielleicht bin ich auch abgesunken, dann töte ich mich. Dennis hat sich jetzt doch noch erbarmt, hier bei mir reinzukommen, um mich zu unterstützen. Damit ich Weltrangliste in Platz 1 bekommen kann. Gucken wir gleich mal. Leaderboards, hier von den XP bin ich auf Platz 3. Von den Kills auf Platz 9. Von dem Winzer auf Platz 1. Ich bin die 1. Ich bin die 1. Die fucking 1. Ich bin der beste Spieler der Welt. Ich bin der beste Spieler der Welt. Junge, nein, ich muss meinen ersten Platz verteidigen. Oh mein Gott, ich bin... Oh man, fuck, 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 fuck. Fuck, oh. Oh. Oh mein Gott. Oh, Max, jetzt bin ich umsonst reingekommen. Oh, ich bin ich umsonst reingekommen. Oh, ich bin ich umsonst reingekommen. Oh, ich bin ich umsonst reingekommen.